ja hey leute im wieso heute um 15 uhr kein livestream kam oder so irgendwann um 15 uhr so in der nähe deswegen ja dem also ich glaube ich darf seinen namen nennen ich hab mich ja um 15 uhr verabredet mit superheit aka crafting irgendwie crafting hd oder so ich weiß nicht ganz genau und ja wir wollten um 15 uhr streamen also dachte ich und ich lade ihn so um 15 kurz vor 15 uhr ein in die party und system was macht er er kommt einmal nicht rein jetzt haben wir schon 15 uhr 45 schon also jetzt schon und ja immer noch nicht kommt er und ja darum so jetzt einen anderen zum ja aufnehmen oder so aber er macht es nicht also ja es ist ein bisschen richtig blöd aber egal da muss man halt durch und ja dann was das dann in diesem video also wenn ihr wollt könnt ihr mit könnt ihr auch stream ich habe hier auch gerade so eine lobby gefunden und ja die welt vielleicht gleich gleich allein streamen nur als jetzt ein bisschen blöd und ja dann vielleicht finde ich ja noch ein aber ja gut dann war es das tschüss bis erstmal an